Können wir gleich mal die Tintensäcke beiseite packen. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür wir überhaupt die Tintensäcke... Tintensäcke, die sind glaube ich hier bei... Achso, für schwarzes Zeugs, ne? Da ist hier schwarze Farbe. Moment. Feldzeugs. Kommt das mal rein. Mecha... Nee, Mechanismen. Kommt das rein. Ach, jetzt weiß ich, was das für ein Geräusch ist. Das sind die Kakti jedes Mal. Äh, Flint. Hallo? Flint. Dann haben wir noch Loot. Also hier... Rotten Flash. Für Rotten Flash könnten wir uns eigentlich auch nochmal irgendwas überlegen. Ins Crafting Grid. Oder so. Hm. Ich müsste mir mal die komplette Rezeptliste von der aktuellen Version anschauen. Dann könnte ich da auch vielleicht ein bisschen eher was sagen. So, Glowstones haben wir auf jeden Fall noch ziemlich viele. Sag mal, sind hier nicht auch noch? Nö. Aber ich glaube, drüben sind noch welche, oder? Ah jo, hier haben wir noch Neterquarzerz. Das können wir auch mal rausnehmen. Ne. Jo. Da müssen wir auch nochmal ein bisschen was an Land... Äh, an Land bringen. An Kahn bringen. Wie auch immer. So. Ne. Den da hin, einen da hin, so. Und dann passt es wieder. Äh, hier nochmal kurz reinkicken. Können die auch mal weg. Eine Eisentür. Wofür ich die jetzt auch immer verwenden wollte. Ich habe keine Ahnung. Und dann wollte ich nochmal was schauen. Tja. Habe ich im Neter irgendwo eigentlich hier Kamerad, äh, Kiste. Ich weiß es nämlich nicht. Weil da wollte ich auch mal irgendwie noch so eine olle Kiste hinstellen. Und dann nämlich die Kiste leermachen und Hopper anklemmen irgendwie und... Ach, keine Ahnung. Erfolg erzielt. Siehste. Reden in den Neter. Schon wieder mal. Knack. So. Guten Tag. Ich warte ja nur darauf, dass mal im Neter ein paar neue Mobs, Mopeds kommen. Wie auch immer. So. Dann fahren wir da mal einmal rüber. Und ich mache in der Zwischenzeit mal... den hier. Alter, hab ich Nachrichten auf dem Handy. Aber das interessiert mich gerade alles nicht. Und zwar... Ein... Mine... 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 Craft. Wiki. So. Ich habe allerdings mittlerweile schon wieder vergessen, was ich eigentlich craften wollte, warum ich da reinkriegen wollte. Hopp. So. Zack. Den nochmal da ran schieben. Ich will nämlich einmal was schauen. Was ist das denn hier? Minecraft-Wiki ist Werbung. Hm. Na sowas. Na sowas. Ja. Was wollte ich denn überhaupt craften? Kohle Erz. Nicht. Kobbel. Na ja, da ist ein bisschen was drin. Hier ist auch so eine olle Kiste drin. Und auch eine Glücksspitzhacke. Sauber. So. Dann würde ich sagen, einmal nach unten. Sobald die Kiste heißt, auch Ender-Kiste, oder nicht? Da habe ich sie. Ender-Truhe. Wie wird denn das alte Scheißteil überhaupt gecraftet? Hier gucke ich bestimmt nicht zum ersten Mal rein. Ach, hier. Ender-Auge. Mhm. Okay, aber trotzdem. Wir müssen hier nochmal kurz weiter. Richtig. Hier war das nämlich. Ach, wie toll. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Ne? Und so weiter. Äh. Hallo? Jetzt. Mensch, was wollte ich denn noch gucken, wie man was... Crafted. Also bei gedrückter Shift-Taste da reinfallen... Äh. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ne, das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Hä? Ich halte die Shift-Taste gedrückt und falle da rein. Mhm. Ah, ja. Na gut. So. Oh, der ist tatsächlich reingefallen. Ich glaube es ja wohl nicht. Ender... Warte mal. Herstellung. Ich glaube, wir müssen nämlich... Lohenstaub. Das heißt, wir müssen... In Neta müssen wir in eine Festung rein. Und ich glaube, wir haben zwei Festungen in der Nähe, oder? War das nicht irgendwie so? Sechs. Wieviel brauchen wir nochmal für so ein Portal? Drei macht zehn. Äh. Toll. Jetzt habe ich natürlich keinen Wassereimer mit, oder so. Aber. Aber, aber, aber. Hier können wir auch noch ein bisschen was wegreißen. Wegnehmen. Whatever. Ich überlege gerade, ob wir nämlich, äh, hier nicht irgendwie ein bisschen Eisen haben. So, dass wir uns zu Noten ein paar, äh, oder einen Eimer mal auf die Schnelle craften können. Um, äh, halt da vorne das Obsidian, äh, das, das, die, die Lava-Zeugs in Obsidian umzuwandeln. Ja, ne, cool. Wir haben genau zehn Stück. Das passt. Aber, aber was wollte ich denn noch gucken? Ich habe doch vorhin noch gesagt. Na, komm schon. Ich muss mich mal gerade anders hinsetzen. Ah, so, jetzt sitze ich ein bisschen bequemer. Ja, es ist immer so schlimm. Ähm, das, ich glaube, das kennt fast jeder Zocker. Man, man rutscht immer tiefer, immer tiefer und noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück. Und dann irgendwann sitzt man unterm Tisch. Da gab es auch mal so ein, so ein, so ein Bild, so ein, so ein Meme oder wie die Dinger heißen. Ich sage immer Memme dazu. Jetzt habe ich doch allen Ernstes die ganze, echt total vergessen, was ich vorhin gucken wollte, wie man etwas craftet. Danke, A-Loch. Nein! Du Penner. Ah, ihr mich auch. Komm, für die letzten Meter. Scheißegal. Lore. Und rein. Und. Hopp. Jawoll. Sauber. Hat gepasst. Hat geklappt. Whatever. So, also, im Neta hat der Trivolo keine Endertruhe. Keine Endertruhe. Also, wir könnten aber eigentlich, normalerweise, mhm, könnten wir eigentlich irgendwo, irgendwo meine ich, können wir auch eine abziehen. Glück. Silk Touch. Wir brauchen noch Neta-Quarz. Genieße das Warzenknarzen. So. Haben wir hier noch irgendwo was offenliegendes? Nö. Nur hier über dem, äh, vertrauenserweckenden Lavasee. Und da oben noch. So, ich glaube, ich habe das Zeug stellenweise auch echt schon liegen gelassen und in der Wand gelassen, weil so, ey, sag mal, wofür brauchen wir das? Denn das brauchen wir ja gar nicht. Ne, also, so eine, so eine Dinger kamen da ja schon wieder. Kann ich mich dran erinnern. So. Solange man das immer ein bisschen vorsichtig macht und nicht zu viel Durability wegnimmt, kann man das auch mal machen. Wobei, ich muss sagen, dieses, äh, Neta-Rack-Zeugs, das ist halt so, ja, so eine geringe Durability. Ich muss sagen, äh, es bietet sich hier einfach wirklich an, sich ein paar Metallspitzhacken zu machen und dann mit den Metallspitzhacken hier die, die, die Neta-Rack-Zeugs-Gelumpe rauszuschlagen. Ah, jetzt wäre der Magnet wieder ein Fein gewesen. So, Silk Touch. Ach, Gott, ja, jetzt haben wir ja gar keinen Magneten. Äh, da muss man ja dann wieder vorsichtig sein beim Abbau von, äh, Glowstone. Und wenn ich der ganze Glowstone in der Lava plumpst. Ja, genau, ist richtig. Schön, schnell. Ja, wenigstens ist hier Neta-Ors oder so nicht installiert, dass die, die Kameraden wenigstens friedlich bleiben, weil, äh, ich glaube, das wäre Hölle. So. Das lassen wir mal einfach, wie es ist. Oh, da habe ich noch was. Da ist noch was. Wie viel haben wir denn eigentlich? Ah, 28 plus die paar, die ich schon reingepackt habe. Also, es kommt schon wieder ein Stack zusammen. Das ist in Ordnung. Was mich jetzt nur gerade echt ärgert, dass ich vergessen habe, was ich vorhin craften wollte. Beziehungsweise welches Rezept ich mir anschauen wollte, weil ich es vergessen hatte. Das ärgert mich gerade. Aber ganz brutal. Total brutal. So. Spurenwilder beseitigen. Ab nach unten. Und dann hier mal gucken. Irgendwo. Irgendwo. Meine ich. Hatte ich doch schon. Und dann.